So, mit diesen wunderbaren martialischen Tönen starten wir unseren heutigen Stream, sehen hier im Vordergrund auch gleich unsere heiß geliebte Fümee. Ich hätte googeln sollen, inwiefern Fümee wirklich rauchen heißt, aber ich gehe einfach mal davon aus. Ah, hier haben wir so Krabbelviecher, die Struktur kenne ich noch nicht und wir wollen diese Mission hier starten. Ich habe mal wieder vergessen, was wir machen müssen. Ah ja, irgendwelche Kisten einsammeln. Ich bin gespannt. Oh, Naseweiß. Naseweiß ist dabei. Sieh mal einer an. Unsere Vorbilds Schwertfrau, Vorbilds Ranger, die jetzt auch, ehrlich gesagt, einen relativ weiten Weg nach vorne machen kann, glaube ich. Hier nach oben ist nicht viel Platz. Nach unten auch nicht. Ist eine relativ, ist eine relative Schlauchstruktur. Location confirmiert. Ah, guck an, guck an. Auf geht's. Zip, 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 zip. Haben wir jetzt auch noch keinen Gegner gefunden. Unser guter Schnipperfreund sucht sich mal hier eine volle Deckung. Mikey Woods. Okay, was haben wir noch? Der nächste Ranger ist unterwegs. Schon dabei. Ich freue mich, wenn wir mal so ein bisschen Strecke machen können. So, da haben wir schon Fimi. Fimi. Die einfach mal spaßeshalber. Hier rüber guckt. Und wen haben wir da oben noch stehen? John Thomas. Choo-choo. Ah, hier haben wir nur noch da eine Deckung. Ich gehe mal davon aus, wenn sie kommen, dann von da. Momentan kein Zeitlimit. Ohne die Zufuhr menschlicher DNA zeigen diese einst als dünner Mann getarnten Kreaturen nun ihre wahre Form. Die einer reinen Reptilien-Spezies. Da sich die Aliens nicht mehr verstecken müssen, brauchen sie keine Infiltrationseinheit mehr. Wollen wir uns mal ein bisschen weiter voranpirschen? Ich weiß nicht, inwiefern, ähm... Affirmativ. Die Aliens hier... ...die Kisten nach und nach vielleicht wegschaffen. Das weiß ich jetzt nicht. In Korbock! Die beiden bleiben mal kurz hier in Deckung. Oh, sehr hohe... ...Treffwahrscheinlichkeiten. Aber wir wollen die Geborgenheit noch ein bisschen nutzen. Äh, die Verborgenheit. Entschuldigung. Verstanden! So, da verschwinden sie auch wieder. Macht's gut. So... Mikey... Ich würde die jetzt tatsächlich erstmal hier oben weiter belassen. Sollten wir aufgedeckt werden, dürfen sie aber schon in Feuerschutzmodus gehen. Aber ich hoffe eigentlich, dass das jetzt noch nicht passiert. ...rück zur Zielposition vor. Da hinten. Naseweiß macht auch mal ein bisschen Weg. So... Und los geht's. Unser Spitzelist. Darf schon mal Feuerschutz geben. Solange sie im Verdecken sind, wird nicht gefeuert. Oh. Ist da ein Roboter unterwegs. Das hörte sich sehr verdächtig an. So, hier hinten hilft mir mein Schnipperchen, ehrlich gesagt, nix. Kopie da. Da wird zu viel passieren. So, und Fumé darf dann hier auf die andere Seite. Das scheint ja relativ sicher noch zu sein. Ja, ganz genau, so hätte ich es auch ausgedrückt. So. So. So, ich weiß noch nicht so ganz genau, ob sie gleich wieder zurücklatschen. Und ich weiß auch nicht, ob die jetzt da zur Kiste gehen und die sozusagen wegräumen. Also, Spielstand 3 ist im Spiel. Schnipperlein. Mach ruhig mal den Weg hier hoch. Und alle anderen halten mal noch die Füße still. Oh, dass sie da hochklettert, fand ich jetzt ein bisschen gruselig. Verstanden. Halte die Augen offen. Begebe mich zu dieser Position. So, wo latschen sie danach hin? Das ist so ein bisschen die Frage. Wir machen mal eine und durch gar nix. Oh, die laufen ganz schön weit. Und gehen dann hoffentlich die Straße einfach wieder zurück. Oh, da ist irgendein Roboter. Irgend so was Böses. Ich habe ein bisschen schwierig, wo die mich sehen. Ich glaube, da nicht. Ich glaube, da nicht. So. Ich denke, dass die sich jetzt gleich zurückbewegen werden. Bin vorbei. Und wenn sie hier in der Mitte sind, sollte es eigentlich ein Feuerwerk geben. Ah, diese Schlangenviecher. Das wäre dann nächste Runde. So. Das ist eine relativ gute Trefferquote. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Oh, er sieht nichts. Das ist ein bisschen unglücklich. Ähm. Das heißt, dass wir wahrscheinlich noch eine Runde mehr verstreichen lassen. Schon unterwegs. Aber ich genieße es sehr, wenn mal kein Zeitdruck ist. Das ist ein bisschen unglücklich. Kann sein, dass sich der Soldat jetzt umdreht und... Ja, natürlich am Samstagmorgen. Selbst verfreiligt. Wann denn sonst? Mein Urlaub ist jetzt offiziell rum. Jetzt geht es nicht mehr anders. So. Freund. Naseweiß. Er hätte von hier einen Zugriff. Er hat immer noch nix. Mann, 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 Mann. Für mich kann natürlich hier alles abfrasieren. So. Müssen wir jetzt mal gucken. Wo werden sie hinlaufen, ist ein bisschen die Frage. Er hat ein Hilfsprotokoll, kein Gefechtsprotokoll. Ich könnte natürlich einfach mal sagen... Das wäre ja völlig abgefahren. Na gut. Los, los, los! Oh Gott, was macht er denn? Oh Gott, was macht er denn? Oh, los, los. Warum? Warum hat er das getan? Warum? Produktivität des Arbeitgebers erhöhen. Das mache ich eigentlich. So, wen haben wir denn dann noch? Wo 100 Prozent. Mindestens drei Schaden. Das hört sich doch ganz gut an. Stirb tot. Bestätigter Abschuss. Produktivität für den Arbeitgeber erhöhen. Genau das mache ich. Hüpfe dann doch bitte gleich mal. Sie ist noch verdeckt. Ich habe aber keinen anderen mehr. Tschüss, tschüss. Kompromissiert. Leg dich mal schlafen, mein Freund. X-Ray neutralisiert. Ja, stimmt. Smart ist. Er hat schon ein paar Kisten zur Extraktion markiert. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vielleicht für uns markieren und den Transport verhindern. Wie weit sind denn die weg? So, hier hinten war aber irgendwo etwas, was ich wie ein gemeiner Robo anhörte. Wie viele Runden habe ich denn Zeit? Schon nicht zwei. Ja, die sind alle aufgedeckt. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Got it covered. Got it covered. Aber Naseweiß, da konnte ich ja zumindest hier die... Wir empfangen ein starkes Signal. Die Farbe anpassen. Firebrand ist zum Transport aufgebrochen. Wird gemacht. Hier ist nichts zu sehen. Boah, wo sind die alle? Hmm. Na gut. Position bestätigt. Immer noch keiner. Das ist ja allerhand. So. Ähm. Double Time. Double Time. Ich hab ein bisschen Schiff. Na, endlich. Ich dachte schon, die Tauben gar nicht mehr auf. Hallo. Ah. Kann von hier hinten natürlich herzlich wenig machen. Ich hoffe, dass das sehr gut ist. Ja. Wie weit komme ich mit meiner Blendgranate. Die beiden würde ich schon mal einigermaßen desorientieren. Boah. Und. Und. Auf geht's. Ihr könnt nix mehr sehen. Hoffen wir mal, dass wir damit hier bei Naseweiß verletzungsfrei bleiben. Ah, okay. Advant hat die erste Kiste auf dem Luftweg rausgebracht. Wir müssen uns beeilen, wenn wir die anderen für uns wollen. Das war nah dran. Oh. Geht weg. Oh. Ah. Das hab ich jetzt. Firebrand ist zum Abladen auf Deck. Nicht erbrannt. Habe ich denn verloren, wenn ich weniger Kisten als die irgendwie kriege, oder was? So, lasst uns mal schauen. Was haben wir denn hier? Ähm. 75% Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist ziemlich hoch. Ach Gott, er lebt ja noch. Das bist du, mein guter Freund. Die haben so hohe Trefferwahrscheinlichkeiten. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Begebe mich zum Ziel. Naja. Im Idealfall ist er weg. Ja. Weil du ein freundlicher Diplom-Gnome bist. Ähm. Okay. Weniger Geld damit kann ich leben. Ah, legt natürlich auch noch. Wie groß ist denn die Explosion hier? Das hilft mir nicht so viel. Die beiden sind noch desorientiert. Und... Kriege ich die irgendwie beide? Nee. Nicht wirklich. Grenade lancer! Dann ist der eine zumindest schon mal weg. So. Du hast auch noch einen Schuss, ne? John Wayne. So, komm ich... Es ist mir ein bisschen zu weit. Weil Tatjana soll ja eigentlich die Kiste noch holen. Oh, sehr gut. Das wäre ja gar nicht so unbedingt nötig gewesen. Mit dem kritischen. Sie sichern sich diese Kisten so schnell wie sie können. Wenn wir auch unseren Anteil wollen, müssen wir genauso schnell sein. So schnell sind wir aber nicht. So schnell sind wir aber nicht. Obwohl... Obwohl... Ah, Gott, oh Gott. Das Risiko ist ziemlich hoch. Das Risiko ist ziemlich hoch. Siehst du da jemanden? Nee. Na gut. Wo ist Tatjana? Ah, da war sie schon. Okay, bin unterwegs. Ja, wenn sich das nicht recht. Das ist die Gier. Gute Arbeit. Das Ortungssignal von Advent ist ausgeschaltet und unser Sendegerät aktiv. Firebrand übernimmt den Transport. Ich kann mir hier im Grunde ja noch ein bisschen Zeit lassen. Ein bisschen gucken, ob da nicht jemand kommt. Aber viel besser als hier wird die Dickung nicht. Ich hab da hinten einen Roboter gehört. Ich bin mir so sicher. Hmm. Scanning. Ich bin unterwegs. Bestätigt. Überwachung läuft. Go, go, go. Oh, der große, der große, böse Greifer. Advent Force ist besitzt. Ja. Schub, schwub. So, Mr. Butz. Okay, da hinten wäre die nächste. Das seh ich noch nicht. Die wird doch bestimmt noch markiert. Die hier. Affirmativ. Jetzt kümmern. Ich bin bereit, Aielli. Ist das hier was, was explodieren kann mit den Fässern? Oh, Vigilance. Na, vielleicht will ich das eigentlich gar nicht wissen. Pooh. Pooh. 51% ist gar nicht schlecht. Und los geht's! Finderweil! 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 Schwierige Entscheidung! Finderweil! 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 Ja, das ist viel zu kurz. Wo ist Tatjana? Hier. Hier ist eine große Herausforderung. Wo ist die Ränder? Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Na gut, fällst du sie´s? Der kann noch schießen. Ich muss sowieso sind frei. Oh nein! Ist es zu fassen? Ich glaube es ja nicht. Ziehe los! Du triffst mich nicht. So. 48. Wie weit kommst du denn damit? Das reicht. Ich habe vorunter! So. Mindestens drei, ne? Oh, Feuer! 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 Naja. Da wollen wir dann lieber doch nicht durchlaufen. So, die vier Prozent. Verfehlwahrscheinlichkeit. Was? Hey! Hey! Ausgezeichnet! Ähm. Selbst jetzt lauert unser Feind in Ruhe. Ich wollte doch noch ne Kiste! Ich wollte auch ne Kiste haben! das Chaos der alten Welt stürzen. Nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Vereint in der Liebe der Ältesten werden wir bestehen. Ganz gleich zu welchem Preis. Naseweiß hat ihrem Namen mal wieder alle Ehre gemacht hier. Größter verursachter Schaden. So. Zwei Leute verletzt, oder? Drei Tage und zwölf. Ja, zwölf ist schon gemein. Größter Zusammenhalt. Schön. Äh. Übernahmeprotokoll definitiv. Das kann gegen Türme und Robofiecher so hilfreich sein. Distanzschutz. Man kann eher sozusagen mit seinem Snipergewehr Feuerschutzgewehren. So, und hier machen wir nochmal das Phantom. So. Naseweiß für mich. Und hier haben wir jemanden, den wir wieder individualisieren müssen. Haben ein überragendes Laser-Visier bekommen. Oh, wir haben eine Kampfsimulation bekommen. Oh, gute Vorräte. Oh, Alien-Negierung. Sehr schön. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ah, die Vipan, diese Kreatur ist eindütig von Reptilienartiger Natur. Auch wenn sie nicht nur empfindungsfähig, sondern auch überaus intelligent zu sein scheint. Dennoch ähnelt ihr zugrunde liegende Physiologie auffallend einer Reihe von irdischen Spezies. Einschließlich der Giftbeutel, die wir vielleicht synthetisieren und für unsere medizinische Ausrüstung nutzen könnten. Das war der komische mit der, mit dem Flammenwerfer, wa? So, wir haben wieder eine Freundschaft. Sauft mal einen zusammen. Micky und Tatjana. Nein, wir machen kein Poster. So. Ich bräuchte eigentlich die Kommunikationszentrale, ne? Aber die müsste ich ja erstmal erforschen. Wie lange bin ich denn noch mit denen... Was mache ich, Magnetwaffen? Neun Tage. Ach, halt! Halt, 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 halt! Schwarzmarkt? Ähm, bitte zurück ins Schiff, wir müssen doch... Also Sparks, was denn das für ein Name? Ne, ich glaub, es hackt. Sparks. So, lass uns mal gucken. John Thomas, Australien. Ähm... Was können wir dir denn draufschrauben? Ja, komm. Zielfernrohr. Ihr Vater wäre stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Was sie aus diesem Schiff gemacht haben. Ich wünschte nur, er hätte noch erleben können, wie wir zurückschlagen. Mhm. Dass es nicht umsonst war. Glauben Sie mir, er wusste es. Ja. Ihr Vater hatte unerschütterliches Vertrauen in die Menschheit. Er wusste, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Ähm, wenn ich so sehe, Thomas, muss ich... Vielleicht habe ich zu viel Darlokart geguckt, muss ich an Thomas, die kleine Lokomotive denken. Also wird das jetzt John The Train Thomas. So, ähm... Individualisieren. Korrekte Info. Spitzname. The Train. Ähm... Ich finde auch, das passt auch zu seinem Bad. Oh ja, und guckt euch diese Moskeln an! Hm! So... Die Stimme. Australia. Gut zu gehen! Rollen raus! Gehen raus! Oh! So... Fokussiert. Ich finde, dass er nervös sein kann. Ja, das gefällt mir gut. So... Kopf! Was machen wir denn mit dir? Augenfarbe Rot. Kann man hier irgendwie so... So... Das sieht man ja total. Ein Riesenunterschied. Riesenunterschied. Äh... Ein Helm. Was kriegt er denn für einen schönen Helm? Einen Helm für einen Lokomotivführer hätte ich gerne. Hm... So... Baseballcap wäre gar nicht so falsch. Oh, Hut. Hut ist auch schön. Aufklärungshaube... Nein, er kann mich hier gar nicht mehr sehen. Das ist auch niedlich. Das finde ich eigentlich ganz gut. Gut. Ich glaube, der kriegt so einen Helm. Oh, der kann ja viel sehen. Pickelhaube. Hihihihi. Ritterhelm. Moment, es gibt so viele Sachen. Nein, nein. Diese Sachen sind alle langweilig. Das ist auch nicht schlecht hier. Das ist auch nicht schlecht. Oh, oh, oh. Also, Flieger... Fliegerkappe... Oder... So ein Helm. Ist auch interessant. Also, wo ist der Helm? Oder so ein... So ein Helm. Ja, Jim, Knopf müssen wir dann... Mal gucken, ob wir den irgendwo herbekommen. Helm oder... Oder diese Fliegergeschichte? Fliegerkappe. Ich finde, zu The Train passt dieser Helm ein bisschen besser. So, ungepflegter Bart müssen wir so lassen. Was haben wir denn hier für Gesichtsaccessoires? Jetzt finde ich alles... Diese Brillen finde ich ehrlich gesagt meistens ein bisschen doof. Ohrringe können wir ja total gut sehen. Ja, Lippen-Piercing. Nasen-Ring. Hier so ein Nasen-Ring. Das sieht zwar ein bisschen blöd aus. Ist eher ein weiblicher Nasen-Ring, finde ich. Ach, machen wir hier zumindest so ein Augenbrauen-Piercing. So The Train, der muss ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Metall im Gesicht haben. Gibt's hier was Interessantes? Uh, Blutflecken. Kriegerschegel. Kälischer Krieger. Uh, das sieht ein bisschen blöd mit dem Bart aus. The Train. Gesichtsloser Torwächter. Muton. Maoris. Maoris. Na. Ich glaube, ich mach den mal hier so zu so einem Torwächter. In der Muton. Das finde ich ganz gut. Ach, Narben. Braucht er nicht. The Train kriegt keine Narben. Brrrr. So. Was machen wir mit dem Körper? Ähm. Ähm. Äh. 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 in meinen helm auf der hat immerhin einen helm auf und hier was machen wir mit der unterhose unterhose es gibt auch herzen bekommt kriegt herzen haupt rüstungsfarbe muss dann aber auch ein bisschen blau und lila komm 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 ja guck mal ja 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 ist der zweite der hier über die stream zeiten was sagt inhalt früh wach wir haben eine kleine tochter so moment ich mach mal ich mal hier an das ist ein bisschen was er sehen kann hat drohen handschuhe schlagring nieten handschuhe hier kriegt auf beide seiten so einen patronen handschuhe sag sehr gut sehr gut sehr gut weil der brauche auf jeden fall hier noch mal so eine dicke panzerung ja so ja das gut tätowierung können wir an die an die beine eigentlich auch so kurz das ist auch abgefahren das ist auch abgefahren so eine leggings schwierige entscheidung also entweder definitiv zum bauchbeutel hier das ist doch deswegen bin ich ja auch commander da muss man etwas ausgewöhnter außergewöhnlich sein so ist gut das gut gibt es denn hier irgendwie ja das sieht man jetzt nicht so fein der kriegt auf beide seiten ein xcom sleeve zack so tätowierungsfarbe das ist mal gucken können wir den ich auch hier so machen ja guck mal das das ist doch schick also ausgesprochen schick guck dir den an ein herzchen wie böse er guckt schön schön so sergeant john the train thomas das muss ich nur noch hier die waffe mit herzchen ausstatten ausstatten und dann haben wir das so guck mal herrschen der train jamme schick schade dass wir hier nicht noch tätowierung hinbauen können geht das irgendwie ist nur links rechts schade okay damit haben wir ihn auch fertig ja hervorragend wer nase weiß kann hier ein bisschen mehr willen bekommen das passt auch ein bisschen zu ihr finde ich so damit haben wir es sehr schön wieder jemand individualisiert ist ja schon fast hör auf der stirbt niemals wie möglich kontakt zum lokalen widerstandsnetzwerk aufnehmen die aliens setzen ihre pläne zweifellos um ja ich weiß ich hätte das mit der kommunikation früher erforschen sollen unsere leute scheinen gut zusammenzuarbeiten kann man da sehr schön ross erin thompson ist auf begnadet angestiegen der geek ist das hier neue verdeckte aktionen zu weisen commander mox wurde gefangen ja ich weiß wir müssen ihn um jeden preis retten bevor die auserwählten ihm etwas antun dieser einsatz erfordert feld erfahrung commander wir müssen zur leitung einen unserer veteranen schicken soldat verwundet ist mäßig ich möchte diese fraktion erkennen lernen weil diese psionikräfte sind echt hätte ich gern so starten verbessern würde mich dann aber auch zwei strom kosten und die brauche ich noch für die kommunikationsgeschichte die gleich hier irgendwie hin soll in neun tagen das ist nicht verunstaltet das ist er ist anders das granate suchgeschoss was denn was ist denn ein suchgeschoss zielsicherheit wird um zehn erhöht das granate ist mir klar ich schäme mich nicht mir meine bewunderung für ihre entschlossenheit im angesicht unüberwindbarer widrigkeiten einzugestehen ich wurde aus der schlacht geboren aus dem verlangen meinen feinden im kampf gegenüber zu stehen und mich niemals zu ergeben in ihnen sehe ich einen schatten meiner eigenen existenz nur einen schatten wir sehen uns noch du hexen da wollen wir uns mal den schwarzmarkt sichern wir haben eine menge neue gesichter in den dienst ihres widerstands geholt aber als sie sie am dringendsten brauchten haben sie sie enttäuscht ja unsere freunde vom widerstand zahlen einen hohen preis solange die außerwelten da draußen herumlaufen wir sollten alles tun um sie zu vernichten bevor sie wieder zuschlagen ich gebe dir da recht gibt es irgendwas was wir momentan noch nicht so wirklich brauchen na komm 10 wollen wir behalten 10 wollen wir behalten das reicht mir jetzt erstmal so ingenieur ist hier unten eingesetzt wo ist denn mein anderer ingenieur eigentlich sooo magnetwaffen in einem tag und in der zeit kann ich meine teil hier noch mal kurz ein paar informationen einsammeln avenger berechnet neuen kurs avenger hallo hallo diese ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere diese magnetischen waffen ähneln den alten railgun und vollen projektile mit extremer geschwindigkeit ab das gefällt ihr so nachdem wir endlich die gauss gewehr technologie genauer untersuchten mit der advent die truppen ausrüstet bin ich ziemlich sicher dass wir ein ähnlich effektives magnetwaffensystem entwickeln können die naheliegende frage warum wir nicht einfach advent waffen selbst verwenden wurde vom widerstandstruppen auf dem schlagfeld schon früh gestellt vor einigen jahren haben die aliens begonnen eine art gen verifizierungscode in ihre waffe einzubauen der bewirkt dass sie von keiner spezies mehr eingesetzt werden können deren dna nicht vorher kodiert wurde leider setzt das system auch tödliche gewalt gegen arglose nicht autorisierte benutzer ein eine tatsache die wir bei den widerstandszellen mit denen wir in kontakt stehen möglichst schnell publik machen sollten was unsere eigene variante der technologie anbelangt haben dr shen und ich teile der auf dem schlachtfeld geborgenen alien waffen genommen und ihre schlüsselelemente für die entwicklung eines zuverlässigen prototyps verwendet wir können gefahrlos mit der reproduktion des systems beginnen sobald die benötigten materialien verfügbar sind mr teigen hervorragend spiel der kanone magnetgewehr so wir müssen jetzt endlich die widerstandskommunikation ist in der tat eine wichtige aufgabe commander geben sie den befehl und wir fangen an kommande waffen fünf alien legierung 50 vorräte vorräte aber echt viel brauchen wir echt noch das magnetgewehr das soll uns dann erstmal so reichen die auswahl ist nicht groß aber ich hoffe wir finden ein paar rekruten die mit einem schraubenschlüssel umgehen können klar sind steinschleuder billiger aber auch nicht ganz so effektiv avatar projekt oder was gibt es haben eine neue einrichtung errichtet die mit dem avatar projekt zu tun hat commander wenn wir den widerstand in der region kontaktieren könnten wir gegen diese einrichtung vorrücken die fortschritte der aliens zurücksetzen kommander wir haben soeben informationen erhalten dass eines von dr wahn ins geflohenen testsubjekten eine advent einrichtung in der nähe bewacht wir sollten uns gut vorbereiten wenn wir sie angreifen okay haben wir sonst was hier zu tun ich glaube nicht ja ohne geizkragen werde ich nicht hier so so informationen beim widerstand vergeltung schlagen die übertragung für sie kommander aber ich habe viel vom widerstand unter ihrer führung erwartet kommander und sie haben sich übertroffen danke sehr unsere freunde vom widerstand haben uns mitgeteilt was sie über diese so genannten auserwählten wissen die die ältesten uns auf den hals gehetzt haben wir müssen wohl damit rechnen dass diese dinge uns aktiv jagen bis wir sie ausschalten die teilen nicht auf ihrer seite schon bald werde ich sie finden kommander aber nicht so schön auserwählte können die avengers sabotieren okay so du bist jetzt bei mir wir tun was uns befohlen wird fliegt da mal hin aber fliegt da mal hin avenger berechnet neuen kurs schwupp so ist ihren freunden bewusst dass ihr schicksal nur von ihrer rücke in den griff der ältesten abhängt ja ja ich glaube auch dass die sich über meinen besuch freuen so die nehme ich auf jeden fall mit ja hier geek ist wieder dabei so hmm oh hmm Ich glaube, ich nehme noch einen Ranger mit. Wir haben jetzt die schönen neuen Waffen dabei. Gasgranaten machen wir mal lieber nicht. So. Äh. Ja, ja, klingeln. Ja, ich weiß, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. I know. Keine Panik. An meinen. Ich bringe die doch nicht um. Voll die Verleumdung. Wir haben sich aus freien Stücken dafür entschieden, mit mir zu arbeiten. Weil ihr nur lügt und betrügt. Einer unserer Kontakte beim Widerstand meint, dass Atlan Friedenshüter das Gebiet bei einem Außenposten durchkämmen. Die Aliens tüten jeden, den sie finden. Wir greifen ein, um so viele wie möglich zu schützen. Sichern Sie das Lager und eliminieren Sie alle Feinde. Will ich tun. Da, da, da. Ja. Aber die machen... Ja. Feinde greifen den Außenposten an. Ja. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Atlan avez Der Aufritt hier war lauter und unserer auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Im Atombunker bin ich mir sicher. Die haben ein Knöpfchen-Drückprogramm, wo die dann ganz, ganz lange üben, wie man Knöpfe drückt. Mein Leben liegt in ihren Händen. Die machen dann immer so Zeigefinger hoch, Zeigefinger runter, Zeigefinger hoch, Zeigefinger runter. Und damit läuft das. Oh, ich muss in die Richtung hier. Jo. Ich finde dich auch gut. Uh, da kommen die Robos. Gut, dass wir hier Zerfetzen drauf haben. Wen haben wir hier noch? Splitterkanone. Dann mal los. Los geht's. Das zählt nicht als Deckung hier. Finde ich doof. Double Time. Double Time. Was ist los? Ja, auf dich habe ich gewartet. Ihr dürft euch glücklich schätzen. Zusätzlichen Schaden durch die Schnitter. Ihr werdet zumindest ehrenhaft sterben. Warum guckt die mich so an? Die außerwählten Attentäterin kommt unserer Position nahe. Wachsam bleiben. Eine extrem gut ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schwachpunkten suchen, wenn wir das Ding besiegen wollen. Ja. Feste Druf. Ach, gleich zwei. 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 Wollen Sie sie alle opfern, um sich selbst zu retten? Ich komme. Das war eigentlich nicht der Plan. So. Wir fangen an mit der guten alten Kanone. Dass schon mal ein Rüstungspunkt weg ist. Wollen wir mal hoffen, dass das kein Gesichtsloser ist. Lauf, lauf, lauf. So. Dann war auch nochmal 66. Mindestens vier. Ich weiß nicht, ob der Rüstungspunkt da abgezogen wird. Natürlich. So, Mr. Robinson. Ihr Auftritt. Gut. Feind neutralisiert. Hast du Feind gemacht. Und wer stirbt, wird ein anderer geboren, um seinen Platz einzunehmen. So, wo ist das Insektoidenviech? Zu Gefehl, Commander. Alienpatrouille in der Nähe. Wenn ich ihn jetzt rette, habe ich keine so großen Überlebenschancen, muss ich sagen. Befehl bestätigt. Ich gehe, wohin sie mich schickt. Uh. Der hat sich nochmal bewegt. Ne, wo geht der jetzt hin? Ja, stellt euch... Ja, stellt euch dicht zusammen. Das wäre schön gewesen. Wo kommt er jetzt her? Ach, er ist weggelaufen. Sehr gut. Wo ist der... Wo ist der Robby-Roboter hin? Mit seinen Drecks... Dingensangriffen da. Mit seinem Mörser an... Angriffen. So. Attacke! Nee, das habe ich so nicht gemeint. Nicht gut. Nicht gut. Wie viel Schaden macht sie denn hier? Sechs bis acht. Können wir mal gucken. So, mit der neuen Waffe. Das muss doch was werden. Ja. Dann ist er ihm schon mal weg. Abschluss bestätigt. So. Ähm. Da haben wir eine volle Deckung. Und ich glaube, die Trefferwahrscheinlichkeit ist nicht wirklich gut. Die volle Deckung ist nicht möglich. Die volle Deckung ist nicht möglich. MN 52. 50-50 Chance. Daumen drücken. Und Feuer frei. No. Ratte. Ratte. Ich habe eine Munition von hier. 50-50 Chance. So, der ist weg. Und werde ich entdeckt. Auch immer wieder sehen. Welche Welt hat das Leben ihrer Feinde für sie? Ich bin ausgeschlagen. Ja. Ja. Weg ist er. Feind eliminiert. So, jetzt kommt Mr. Robby Roboter. Oh, guck mal an. Wen haben wir da? Wie passend, dass wir uns auf dem Schlachtfeld begegnen. Ja, so ganz schön finde ich das nicht. Geht um Ideologien streiten. Diese Welt gehört bald mir. Ich muss sie nur gefangen nehmen, Commander. Und jede Spur des Widerstands auslöschen. Der Außerwelt ist genau dort, wo wir ihn haben wollen. Reifen wir an. Ihr werdet kämpfen und sterben, liebe Polen. Der ist aber nicht so schick. Wer kommt da? Was macht da? Okay, greift den Zivilisten an. Finde Frieden. Oh, aua. Ist aber jetzt nicht so nett. Du wirst dich bald deinen Gefährten anschließen. Gebeugt. Doch nicht gebrachen. Ihr Soldat wird nicht lange durchhalten, Commander. Vielleicht nehme ich ihn mit. Wenn ich seine Wunden heile, gibt er dann ihre Geheimnisse preis. Einer unserer Soldaten ist benommen. Einer von uns muss dorthin und ihm wieder auf die Beine helfen, bevor dieses Ding näher rückt und angreift. Bevor er angreift, sollte lieber unsere gute Madame hier noch möglichst auf die Berüstung gehen. Na zacke. Sie sind natürlich herzlichst willkommen und eingeladen, unserer Einheit hier beizutreten. Bestätigter Abschuss. Das wäre höchst erfreulich. Ich gehe, wohin sie mich schicken. Ich schicke dich mal dahin. Komm, steh auf. Gut, dass ich hier bin. Bewege mich wie bevor. Die Ältesten kennen deine Art nur zu gut. Schnitter, die Jäger, die Trophäensammler. Wir kennen eure Verbrechen. Ihr alle wurdet von den Ältesten aus erwählt. Erweist ihnen Ehre. Geh weg. Nein, das war nicht doch. Nein. Nein. Schau rein. So, wo geht jetzt der Auserwählte hin? Oh. Äh, nein. Geh du weg. Ich mag dich nicht. Schwuppig, wupp. Hallo. Ich entschwinne. Was? Sie sind in der Untertal. Und ihre Zeit läuft ab. Komm her. Ja. Wem könnte ich jetzt meine Aktion schenken? Hier. Sie könnte mir aber... Nee, sie kann das nicht. Auf geht's. Oh, wollen wir mal schnipseln? Tatjana haut wahrscheinlich vorbei. Ich fürchte mich. Mit einem erfahreneren... Oh, kann sie gar nicht. Hallo. Ah, direkt daneben. Muss mich zusammenreißen. Na, macht doch nichts. Alles gut. Und machen wir mal hier wieder einen auf John Wayne. Wundervolle Massacre. Was? Wundervolles Massacre? Wechsle Position. Deine Freunde stoßen bald zu dir. Die Leben, um den Ältesten zu dienen. Um zu kämpfen. Und auf der Flucht fällig zu sterben. Die nächste Welt wartet bereit. Feuerschutz, da oben. Feuer, Feuer, Feuer. Du zögerst das unserwaldliche Nuhenhaus. Ich wandle im Schilf. Was ist das? Die Diener der Ältesten rennen auf einem Kampf. Ja, leider. Schwupp. Soldat am Boden. Wir müssen ihm auf die Beine helfen. Sofort! Wenn ich jetzt da eine Granate reinhau, ist der dann noch da? Also das würde ich jetzt doch tatsächlich mal ausprobieren. Dass ich da zumindest mal ein bisschen was treffe. Da ungefähr müsste es gewesen sein. Schnick, schnack. Aha! Ein Explosionsschild. Lässt dein Geschick nicht mehr zu? Äh... Also... Schiess dich das einer an. Feind am Boden. Der Doc wird das sicher sehen wollen. Stepping off! Komm hoch, mein Freund! Alles dreht sich! Wie viele würden Sie opfern, um diesen einen zu retten? Finden wir es heraus. Wir brauchen Deckung. Wenn Sie leben wollen, laufen Sie! So, zwei böse Aliens noch unterwegs. Begebe mich zu dieser Position! Ich weiß aber nicht, ob er jetzt dazugehört oder nicht. Was kommt jetzt? Der Mantel der Dunkelheit! Das ist ja unangenehm. Das Ende naht! Ich hoffe, dass es gut geht. Feuer! Ich hoffe, dass es gut geht. Sehr schön! Das reicht nicht, um mich aufzuhalten! Auf den Weg! Ne, sehe ich so, dass es noch nicht reicht. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Sehr gut! Dafür wirst du leiden! Dafür wirst du leiden! Rolling! Das ist... äh... der dritte Angriff. Tja! Mich hält nichts auf! Und los geht's! Kann keine Granate werfen. Kann auch nicht rüberschießen. Ah, das wäre natürlich sehr schön. 44 Prozent. Jaaaa! Sag deinen Göttern, dass ich komme! Meine Munition ist alle! Ha! Oh, was ist jetzt los? Auch wenn ich nur ungern vor einem würdigen Gegner fliehe. Gestatten es den Händesten nicht in dieser Welt zu sterben. Wir sehen uns wieder. Wir haben gezeigt, dass die Außerwäldsten verwundbar sind. Jetzt müssen wir sie nur noch endgültig ausschalten. Jaaaa! Jaaaa! Aber so ein bisschen Glück darf man doch auch mal haben. Rums, rums, rums. Wir sind ausgeflogen. Hallo! Jetzt bleibt er steht. Ui! Na, drehst du nochmal um, oder wat? Geh weg! Ein bisschen Glück muss sein. So. Du darfst mal draufhauen. Wen haben wir denn noch im Angebot? Jaaaa! Mr. Robinson! Na komm! Ratsatsatsatsatsatsatsatsats! Einer darf noch? Gute alte Tatjana. Wenn schon, denn schon. Ziel eliminiert! Da geht er nirgends. Ja! Wir haben keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Maness 1.5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Gut gemacht, Commander. Wir haben die Auserwählten zu ihren Meistern zurückgeschickt. Und ein paar Narben haben sie auch davon getragen. Wir sind bereit, wenn sie sich uns erneut stellen. Okay. Aber wird ja wahrscheinlich wiederkommen. Fünf Fähigkeitspunkte. Ah, endlich habe ich mal... ...ein humanitärer Einsatz, ein tragisches Ende. Als die Advent-Hilfsdruppen beim Besuch einer verarmten Grenzstadt zur Verteilung dringend benötigter Arzneimittel einem XCOM-Angriff zum Opfer fielen. Im Laufe des Tages wird eine Gedenkveranstaltung zu Ehren der Opfer ausgerichtet. Ja, der sieht ein bisschen aus wie so ein Grashöpfer. Ja, das ist ein Popper. Und die beiden hat einfach die Gedenkveranstaltung. Von Decabo. Ah, von Decabo. Cool. Ja, das ist ja noch ein paar, ja? Ja, das ist ja noch ein paar. Zack! Können wir ja gleich schon zusammen und wieder halten. Vielleicht haben die Ältesten gehofft, dass wir uns kampflos ergeben würden, bevor uns ihre Auserwählten zu Tode quasi... Er schreckt sich zu denen. Ja, sehr gut, ne? Guck mal, wie findest du die Frau hier mit diesem hohen Haar? Sie schick! Das ist eine Frau. Die ist toll, ne? Finde ich auch. Ja, sehr cool sieht die aus. Alles klar. Ach, hat immer noch keinen Spitznamen. Ah, Tatjana! Tatjana heißt Viking. Viking sollte doch mein Viking heißen. Das geht nicht. Ah, okay. Sehr gut. Ah, elf Zivilisten gerettet. Das ist doch gut. Ah, hier haben wir so einen Mech. Diese mechanisierten Einheiten haben eine vertraute humanoide Form, aber wir haben keinerlei Hinweise auf einen Piloten oder ein biologisches Steuersystem gefunden. Ich hoffe, dass ich einige ihrer Fortschritte für unsere eigenen Waffen und Robotersysteme nutzen kann. Hallo, Commander. Hallo. Ah, sehr gut. Commander, der tägliche Kampf gegen Aliens ist keine leichte Aufgabe. Und irgendwann macht sich die Belastung auf verschiedene Arten bemerkbar. Wir sollten alle Soldaten beobachten und ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Cool. Also es tut mir leid, dass ich das cool finde, aber das ist ja neu, dass die auch negative Eigenschaften bekommen können. Die hier finde ich übrigens nicht so schlimm. Erstmal. Aber das ist ja abgefahren. Negative Eigenschaften. Äh, was ist eigentlich mit diesen fünf Fähigkeitspunkten? Wo sind die jetzt hin? Kann ich die einfach so verteilen, oder, oder... Haben die Soldaten die jetzt einfach bekommen, oder wie? Sie hat ja den Schuss sozusagen gemacht. Ja. Die meisten unserer neuen Rekorten haben nie auf so engem Raum wie auf der Avenger gearbeitet. Vor dem Krieg hätten wir Zeit für ihre Ausbildung gehabt, aber jetzt müssen sie alles im Einsatz erlernen. Äh... Fehlschüsse immer noch einen Schaden. Chance auf Bonusaktion. So... Wen haben wir noch? Schnipper, 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 schnipper. Wenn du vorbeischießt, machst du wenigstens nur noch einen Schaden. Das Zielfernrohr darfst du auch oben dran schrauben. Wen haben wir denn noch? Ach, wir haben gar nichts mehr. So. Alles verbraten. Mit welchem Mann? Mit mir in die Klapsmühle? Muss ich Montag wieder hin? Montag muss ich wieder in die Klapsmühle. Widerstandskommunikation weltweit erforscht. Zwei Tage noch. Ja, Vorräte. Da fliegen wir dann natürlich gleich hin, weil wir gierig sind. Schnut, schnut! Ich könnte etwas Hilfe brauchen, falls sie die Soldaten erübrigen können. Wir sitzen schließlich alle in einem Boot, oder nicht? Kommander, wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, müssen wir jede Chance zum Angriff nutzen. Wir müssen den Feind auch in unberechenbaren Situationen angreifen können, die besondere Planung und Vorbereitung erfordern. Hm. Wir müssen die Lageberichte genau durchgehen, bevor wir einen Trupp wählen. Die Horde. Die Horde. Edwin hat sich aus jedem... Ah, okay, jetzt hier gibt's nur die Verlorenen. Wir kriegen aber einen Ingenieur. Einen Spezialisten noch dazu. Okay. Okay. Also gerade der Ingenieur, das lohnt sich ja auf jeden Fall. Setze Kurs auf Ostasien. Einmal hierhin geflogen, gleich wieder zurück. Commander, Sie sollten wissen, dass Verlorene in diesem Gebiet aktiv sind. Unsere Truppen müssen besonders wachsam sein. Ich glaube es. Äh... Schnipper würde ich da eigentlich nicht mitnehmen. Ja, 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 bla, 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 bla. Nun mussten einige unserer Soldaten medizinisch behandelt werden. Ich möchte mal kurz... Hör auf. Lass mich... Lass mich los. Lass mich los. Hier ist das Hauptquartier der Templer-Fraktion. Ah, ja. Sie haben extreme Ansichten in Bezug auf die Psionik. Aber sie sind unserer Sache gegenüber absolut loyal. Wir können hier Scans vornehmen, um zusätzliche Unterstützung von ihren Leuten zu erhalten. Meine Leute wissen um den Wert unserer Zusammenarbeit, Commander. Die Ältesten sehen uns nicht mehr als Rohmaterial für ihre Erfindungen. Wir werden unsere Macht zurückerlangen und gegen sie wenden. Wo, Commander? Wir sollten uns unterhalten, finden Sie nicht? Ich bin Geist, Anführer des Templer-Ordens. Aber das wissen Sie sicher schon. Geschichten über mich verbreiten sich recht schnell. Sie sind hier jederzeit willkommen, Commander. Von allen ihrer Art kennen nur Sie die wahre Macht der Ältesten. Sie haben Ihre Gedanken gesehen, Ihre Stimme gehört. Und Sie wissen ganz genau, dass Sie sterben müssen. Im Namen aller Templer biete ich demütig unsere Hilfe bei Ihrem Sturz an. Ja. Gemeinsam werden wir unaufhaltsam sein. Unser Erfolg gibt Ihnen die Möglichkeit, uns neue Befehle zu erteilen, Commander. So. Ja, erstmal will ich eins nach dem anderen. So, Trainingszentrum. Alles bislang Gesehene weist darauf hin, dass die Außerwählten nicht aufhören werden, uns zu jagen, Commander. Unsere einzige Option ist, sie zuerst zu finden. Was brauchen wir noch? Dafür müssen wir mit dem Widerstand an einer verdeckten Aktion im Ring arbeiten. Commander, unsere Ring-Einrichtung liegt aktuell brach. Wenn wir Soldaten erübrigen können, sollten wir sie auf verdeckte Aktionen mit dem Widerstand schicken. Ja. Mann, die sind aber auch nur am Meckern. So, neue Aktion zuweisen. Man munkelt, dass wir den ein oder anderen neuen Trickauflager haben, Commander. Vielleicht sollten wir sie mal ausprobieren. Oh, verbesserte Magnetwaffen? Kriegt sogar eine Gesundheit mehr? Ja. Ja, Mikey. Deine Chance. Bitte sehr. Und warum benötigen wir einen Wissenschaftler? José. So, Aktion starten. Die Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können ihre Leute auch mithalten. So. Wir haben irgendwie ein neues, ne? Templer habe ich noch nie gehabt. Die haben keine Waffen, richtig? Siehklinge, Dynamo, Weiser. Okay. Reißen, Nahkampfangriff. Löst Momentum aus. Verbraucht ein Fokus. Okay. Was haben wir hier? Sensenmann. Ketten-Nahkampangriff. Ach, das ist wie der Sensenmann, den wir bei den Dingens haben. Markiert ein Ziel mit einer Linse. Nachbeben. Das ist ja wie, die beiden sind ja wie bei den, ähm, wie bei den Rangers. Machen wir mal den Sensenmann zuerst. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die jetzt mitnehmen. Parieren hättest du genommen? Ja, schwierig. Ich würde es auf jeden Fall als nächstes nehmen. Ähm, lamm, 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 lamm. So. Jetzt aber noch ein Einsatz. Ein Einsatz noch muss, aber dann ist Schluss. So. Also, ich denke auch, dass nur Horde war bis jetzt wirklich, wirklich angenehm. Und einen Ingenieur dafür zu bekommen. Ach, hier kriege ich noch einen Spezialist. Das ist ja blöd. Kann ich das zufällig nochmal... Spiegel? Ähm... Ja. Wenn ich jetzt sowieso einen... Spezialisten bekomme, dann soll sie sich doch hier als Scharfschütze beginnen. Hä, binden... Äh, Quatsch. So. Verdingen. Verdingen wollte ich sagen. So, nur aber. Zack. Einsatz sterben. Ratatatatatatatatatatatat. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt mitnehmen wollen, aber wen hätten wir denn überhaupt noch? Fumé ist aber müde. Und Bonnie Bennet. Bonnie Bennet, warum nicht? Let's go! Aber ich freue mich, dass Geek dabei ist. Geek haben wir so lange nicht gesehen. Skyranger sind in Position für den Einsatz. Dann... runter geht's. Eine der Widerstandsfraktionen hat einen Expeditionstrupp in ein Gebiet entsandt, das bekanntlich von Verlorenen überlaufen ist. Fragen Sie mich nicht, was genau Sie da gemacht haben, aber Sie sitzen jetzt fest und der Widerstand bittet uns um Hilfe. Wir müssen tun, was wir können, um nicht überrannt zu werden. Die Widerstandsexpedition sitzt in Ihrer Nähe in der Falle. Und die VIP hält die Verlorenen mit einem Fernwechgeschütter ab. Es gibt nur einen Zugangspunkt zu diesem Gebiet. Finden Sie die Zielperson und bringen Sie sie zum Evakuierungspunkt. Das ganze Gebiet wird von den Verlorenen überrannt, also sparen Sie sich den Kampf. Wenn Sie die Expedition gesichert haben, müssen Sie zur Evakuierung zum Einstiegspunkt zurückkehren. Lassen Sie sich nicht überrennen und halten Sie den Rückweg zu Firebrand frei. Na, du bist gut. Muss ich den dann tragen, der da auf dem Boden liegt? Stressig wie immer. Was war das? Warum explodieren da irgendwelche Lampen? Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. sich was? Geh weg. Geh weg. Fall runter. Stopp. So. Hier war einer drin, ne? Befehl bestätigt. Ich dachte, da wäre einer drin gewesen. Ich stehe zu Ihren Diensten. Da sehen wir auch schon was. Doppelzeit. Wurrück. Wurrückst du. Wurrückst du. Geh weg. nicht, dass gleich bestimmt welche von hinten kommen. Warum kommen die denn alle zu mir? Die können doch dahin laufen. Okay. Dann wollen wir mal versuchen, ein bisschen aufzuräumen. Keine Aktion mehr. Achso. Keine Aktion mehr. Keine Aktion mehr. Wer hat die Aktion? Wie viele sind die Aktion? Geh sie raus! Kann man sich verlassen? Siehst du das? Schmutzung raus! Oh ja! Auf immer wiedersehen. Gut. Jetzt habe ich wacht. Da kommen sie an. Hallo. Da ist der von hinten. Auf dich habe ich noch gewartet, Freund. Kehre zu deinen Gattern zurück. Die Schatten haben versagt. Was heißt, die Schatten haben versagt? Also so würde ich es jetzt nicht sagen. So. Okay. Mhm. Einen Fähigkeitspunkt wegen Höhenvorteils. Beschuss? Hüppf. Hüppf. Hüpf! Da ist auch noch einer. Äh, der ist irgendwie anders. Kann das sein? Kann der explodieren oder irgendwas? Der war irgendwie langsam. Was? Daneben! Das hast du geschafft. Ja, das hast du geschafft. Komm gleich. Tschüss! Lass uns das machen! Läufer und Rohlinger Das war so einer, der hatte so Blasen auf dem Rücken. So würde ich es mal formulieren. Du kannst mich nicht beantworten! Auf Überwachung! So! Da ist unser Schnipper! So! So! Mein Leben liegt in ihren Händen! So! Wollen wir hoffen, dass der Feuerschutz für ihn hier ausreicht! Oh! Oh! Daneben! Ach! Mensch! Okay, gut! So! So! Ähm... Das lass' ich mir nicht zweimal sagen! Lauf, lauf, lauf! Glauben wir einfach mal daran, dass da nix ist. Lade nach! Ich mache mich auf den Weg! Schwupp! Ja, da höre ich doch was! Lauf, geh, lauf! 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 Die Expedition hat nur noch wenig Munition. Wenn das Geschütz leer geschossen ist, haben die Verlorenen leichtes Spiel. Ja, aber soweit ist es noch nicht. Soweit ist es noch nicht. Soweit ist es noch nicht. Die VIP ist sicher, Commander! Ach, komm! Wenn möglich, sollten wir auch die Eskorte da rausholen. Ohne die VIP an der Geschütz-Forderung werden die Verlorenen das Gebiet überrennen. Oh, wir kommen schon näher! Wir wollen mich doch veralbern! Ich dachte, ich hätte jetzt noch ein bisschen Zeit. Eine Runde zum Nachladen. Ohne die Flöte! Die Flöte! Ich baue ihn! Ich brauche sie! Ich brauche sie! Ich brauche sie zu! Ich brauche sie zu! Double-Time. Zu Befehl, Commander. Was spielst du? Was gibt's bei dir? Nur eine Minute! Affirmative. Good to go! Standing. Ja, ja. Ah, Starcraft 2. Das ist auch gut. Da hatte ich tatsächlich überlegt, mir das auch noch mal zu kaufen. Firebrand ist in Position. Begeben Sie sich zur Evakuierung zum Einstiegspunkt zurück, bevor Sie überrannt werden. Wir registrieren mehr Wärmesignaturen, als die Sensoren verarbeiten können. Das sind aber keine guten Neuigkeiten. Hold still. Dashing. So sieht also Dashing bei ihm aus. Ja, der erste Teil. Äh... Rings of Liberty meinst du, ne? Echt jetzt? Schuss. 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 Der lag ist eine Schuss. How many is that now? You want some more? Gonna need to relive me. Not good. My weapon's spent. Ich habe ihn erwischt. Reservemunition. Bestätigt. Überwachung läuft. Volk sagt, ich soll gehorchen. Sag deinen Göttern, dass ich komme. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Naja, ob das mit Rechnen zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ready to engage! Hold on. Ich sehe alles. Alles im grünen Bereich. Ich geh Na, guck mal an! Na, das mit dem Feuerschutz könnte besser sein. Nicht vergessen, Sie sind nicht die Opfer! So, wir müssen uns jetzt aber langsamer hier rausziehen. Geil, geil, geil! Anruhe, geil, geil! Bestätigt! RELOADED! Lade Munition nach! Meine Wache beginnt! Ich übernehme die Transporte! Ja, das wäre ganz gut. Manus 1-5, rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Was immer Sie auch versuchen, gegen die Verlorenen können Sie nichts ausrichten. Es sind einfach zu viele. Ich nehme den mal mit. Wache, Wache. Wache, Wache! Wache, Wache! Wache, Wache! mit einem ganz unangenehmen Ausschlag Bereit um rocken! Tempel! Das unausweichliche Schicksal der Aliens! Ich brauche mehr Munition! Ich vertraue ihnen! Ich lasse niemanden vorbei. Wechsle Position! So, Munition ist damit weg. So weit ist erstmal so gut. Ah, nein! Ich hätte erst bewegen müssen. Jetzt muss ich leider hier mal kurz ausharren. Ich habe diese Magazine selbst gefüllt. Volk lässt grüßen! Keine Kompromisse! Ich brauche bald neue Munition! Ich brauche Deckung! Lade nach! Oh, das ist gut! Abschuss! Nachgeladen! Verstanden! Rück ab! Solid Cut! Da schleppt er sich voran. Na komm, du wirst es... du wirst es schaffen. Ich habe ihn geschlossen! Ich habe ihn geschlossen! Oh, mal wieder daneben! Schuss! Schuss! Die kommen da irgendwie aus dem Untergrund gekrabbelt? So, wir sehen, dass unsere Zone ist. Gar nicht mehr so weit. So, wir sehen, dass unsere Zone ist. Gar nicht mehr so weit. Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit! Drücke zu Zielkoordinaten vor! Na los, zeigt euch! Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit! So, jetzt hoffen wir mal, dass wir uns noch nicht erreichen. So! Aufmerksamkeit! 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 Sehr gut! Der ist schon mal weg! Das war's für dich! Aufmerksamkeit! 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 Ah, da ist eine Art Säule. Da setzen wir uns mal hinter. Ich gehe, wohin Sie mich schicken. Da hin. Und er hat nicht geklappt. Hier komme ich. Sehr gut, der ist weg. Du kannst mich nicht anhandeln. Wir müssen dieses Gebiet verlassen, Commander. Die Verlorenen kommen schneller als uns lieb ist. Ein Kampf ist zwecklos. Spurte los! So, weg mit dir. Bereit zum Abmarsch! Fuh! Konrad Schwarz. Auch weg mit dir. Fuh! Wir haben die VIP-Eskorte gerettet. Wenn wir ihn zusammengeflickt haben, sollte er wieder kämpfen können. Na, wir werden sehen. Ich habe genug. Und... Wir haben die Expedition gerettet, Commander. Der Widerstand wird sich freuen. Ah, ja, ja. Ich verstehe. Ah, sehr gut. Advent-Vertreter ließen verlauten, dass das heutige Manöver der Friedenshüter eine planmäßige Übung war. Für unsere Bürger besteht kein Grund zur Besorgnis. Alle Schüsse und Wunden waren nur zu Trainingszwecken simuliert. Moment, die Stadt war jetzt ja völlig verlassen gewesen. Was erzählt die denn da? Ich bin beeindruckt, Commander. Ein weiterer ausgezeichneter Einsatz. Ich finde auch. Haben wir Jens gut gemacht. So. Endlich hat er einen Spitznamen. Dieser heftige Schuss, ne? Ich habe den so oft daneben gesetzt. Ich mache jetzt mal bitte schnelle Hände. Da lohnt sich das auch die... Die neue Waffe zu kaufen, die Handwaffe. So, Konrad Schwarz ist jetzt mit vom Team. Effiziente Ausführung und keine Verluste. Ja. Sie können die Schnitter jederzeit wieder anführen, Commander. Alles klar. Gute Arbeit. Danke, danke. So, Konrad Schwarz. Ich zeige mal, was bist du für einer? Was machen wir mit dir? Definitiv mal wieder Gefechtsprotokoll. Tatjana, dich müssen wir noch ein bisschen umgestalten. Und Scratch, dich müssen wir auch nochmal umgestalten. Weil Viking sollst du nämlich heißen. Das ist von Anfang an klar. Aber was machen wir mit dir? Oh, guck mal hier. Lady Gaga. Ah, sehr schön. Lady Gaga. Sie leisten verdammt gute Arbeit beim Zusammenhalten des Schiffs. Der bleibt uns nicht. Und die Aliens bedauern ganz gewiss seinen Verlust. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass es je wieder fliegt. Ich bin wirklich froh, dass sie sich geirrt haben. So, aber eine russische Stimme haben wir, glaube ich, nicht. Ne, dann bleibt das leider so. Alles klar. Schade. So, der Rest ist alles J. Und jetzt können wir Lady Gaga mal schön einfärben. Oh. Ja, wie ich. Ich hab nicht randaliert. Da waren diese komischen Party People, die so grün geleuchtet haben. So, was machen wir jetzt mit dir? Was kriegt die für ein cooles... Was sieht denn nach Lady Gaga aus? Das sieht ziemlich nach Lady Gaga aus. Das hier sieht ziemlich nach Lady Gaga aus. Mit so einer Mutternmaske noch. Ja, das können wir uns dann aber auch sparen. So, was haben wir noch? Für den Körper. Was machen wir mit den Armen? Machen wir hier so komische Bandagen ran. Da sieht man ja gar nichts. Ja, machen wir mal so. Am linken Arm... ...machen wir hier so einen Schlagring. Und am rechten Arm... ...einen Mietenhandschuh. Linke Schulter. Oh, auf jeden Fall so ein Stachelding. Hey, was? Moment. Hey! Machen wir halt... Was wollte ich? Schlagring... ...rechts... Linker Arm. Na gut, da darf sie ihre Patronen behalten. Körper. Was sieht denn ein bisschen glamourös aus? Das. Beine. So eine... Leggings? Äh... Was machen wir da denn für ein... ...interessantes Tattoo da hängen? Ah, hier. Sternbild. Und den rechten... ...den lassen wir einfach mal. Aber die Tätowierungsfarbe soll ein bisschen anders sein. Die machen wir mal... ...so weiß. Und was machen wir hier für eine schöne Rüstungsfarbe? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Insekt. Passt auch ganz gut. Ja, hier so. Soll die Tätowierungsfarbe aber auch... ...dementsprechend angepasst sein. So. Scott. Äh... Gut. Ach so. Rüstungsmuster. Was haben wir denn da? T-Jaw. Lady Gaga mag T-Jaw bestimmt. T-Jaw. Zack. Und... So. Das sieht doch sehr passend zusammen. Ja, aber ich kann ja... Ich kann ja leider nicht... ...nicht auswählen, was ich da hin tätowiere. Ich finde, die Tätowierungen sind relativ... ...wenige. Das gefällt mir aber nicht hier. Dass die Schulter hier frei ist. Das gefällt mir nicht. Äh... Was ist das? Die linke Schulter, ne? Hier ist ein bisschen Federn noch drauf. Das ist doch gut. So. Haben wir's. Das sieht doch nach Lady Gaga aus. Fleischanzug und so. Ähm... Und jetzt kann ich ihn hier endlich zu Viking machen. Charakterinfo. Spitzname... Nix hier. Scratch. Warum Scratch? So. Das ist das. Lassen Sie mal gucken. Gesichtsbemalung. Wikinger. Kriegerschädel finde ich gar nicht so schlecht. Zack. Haare. Komm mal. Haare. Haare Wikinger. Wer hätte das gedacht? So. Was lassen wir so? Was lassen wir so? Was haben wir denn hier noch? Ne. Das ist ja Mist. Ne. Ne. Was kriegt er hier? Einen Schnitt am Ohr. Ja, hier guckst du auch. Oh, ist gut. Da hat er was. Äh... Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, was er anhat. Müssten wir vielleicht nur noch mal so ein bisschen über das Muster sprechen. Was ist denn ein bisschen... Wikingermäßig? Wikingermäßig. Aber als sekundäre Rüstungsfarbe so braun... Können wir da nicht irgendwie... Das macht ihn etwas auffälliger. Das macht ihn etwas auffälliger. Ähm... Mit der Serie bin aber nicht so richtig weit gekommen, muss ich gestehen. Bevor ich die Waffe hier jetzt fertig mache... Ich finde, das Rot beißt sich mit dem Blau im Gesicht. Das geht nicht. Das ist doch gut. Nehmen wir das. Die Waffe... Zeig doch mal her. Ja... Machen wir so. Zack. Haben wir ihn auch fertig. Jens, Viking, Johansen. Da haben wir ihn. So. Jetzt haben wir langsam die meisten Leute tatsächlich schon individualisiert. Äh... Also am meisten mag ich, glaube ich, Fumé. Aber die kam auch schon... Ah, unten gibt es noch einige. Eta? Uh. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Fumé kam schon mit dieser abgefahrenen Frisur. Ähm... Das war schon ganz gut. Und mit der Zigarette im Mund. Also von daher... Da habe ich gar nicht so viel... An meine wunderbaren Kreativität eingebracht. Die ja... Von Diplom-Gnom nicht so geschätzt wird. So. Einrichtung bauen. Und zwar... Ist es noch gar nicht fertig erforscht? Werden brauche ich denn noch? Was? Immer noch drei Jahre für die Widerstandskommunikation. So verschieden sind wir gar nicht. Kamanka. Wir beide haben verloren. Kann man so und so sehen. Und dafür anderen große Verluste beigebracht. Ich vergieße Blut im Namen meiner Meister. Sie schicken andere, um in ihrem Namen Blut zu vergessen. Der Grat zwischen Elmer und Euchelei ist schmal. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können. Aber es ist faszinierend. Ja? Auch wenn die Idee der Einrichtung eines funkbasierten Kommunikationssystems zur Organisation der Widerstandsbewegung angesichts der Geschichte vieler vergangener irdischer Kriege vom Konzept her nicht gerade neu ist, ist das, was wir hier zu erreichen versuchen, kein leichtes Unterfangen. Die Aliens sind überaus geschickt darin, unsere Signale zu erkennen und verfügen über eine Vielzahl von Technologien und Ressourcen. In enger Zusammenarbeit mit Chefingenieurin Shen, haben wir jedoch damit begonnen, Teile der auf der Avenger vorhandenen Alien-Kommunikationsausrüstung zu verwenden. Durch Analyse der lesbaren Logdateien haben wir herausgefunden, dass zu jedem Zeitpunkt eine erstaunliche Vielzahl von Kommunikation gleichzeitig über ihr Netzwerk übertragen wird. Dies ist der Schlüssel zu der von uns vorgeschlagenen Lösung. In Anbetracht des enormen Nachrichtenaufkommens innerhalb des Alien-Netzwerks sollte es uns einigermaßen leicht fallen, unsere eigene Übertragung unter ihn zu verbergen. Mit der Avenger als zentraler Schnittstelle könnten wir ein Kommunikationsnetzwerk einrichten, das Widerstandsaußenposten auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Jeder neue Kontakt, den wir herstellen, sollte eine Bewegung als Ganzes organisieren und stärken, sagt uns unser guter Freund Taigen. Damit können wir die... Äh, das ist ganz schön lang. 20 Tage. Machen wir noch Widerstandspunkt. Können wir Relais bauen? 20 Tage bis zu den Plattenrüstungen. Na gut. Ich habe erwartet, dass Sie diese Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Dann haben wir hier wenigstens noch die, äh, Kommunikationszentrale angefangen. Unsere Energiesysteme arbeiten am Himmel und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Dass der Titel des Streams jetzt einigermaßen passend ist. Ne? Kommunikation ist der Weg zu neuen Freunden. Das haben wir damit abgeschlossen. Jetzt kommt es nur ganz zum Ende. Ähm, ich werde im Laufe des Tages sicher nochmal streamen. Ich glaube aber nicht XCOM, mein lieber Diplom-Gnom. Schau ruhig trotzdem nochmal vorbei. Würde mich freuen. Äh, schön, dass du und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Jetzt ist erstmal Schluss mit Lustig. Ähm, ich könnte euch, wenn ihr mögt, ich hoste gleich noch Couchlooter.tv. Genau, das mache ich gleich noch. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt kurz dran. Könnt ihr da nochmal schauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ähm, habe ich sonst noch was zu sagen? Ist doch gar nicht Sonntag. Samstag? Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Äh, hoffentlich bis heute Abend. Cui, also see you in a short while, Diplom-Gnom. Äh, 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 naja, von wegen. Ich denke, mich wird man so leicht nicht los. Ähm, genau. Und jetzt, wie gesagt, leite ich mal zu Couchlooter.tv weiter. Moment, Moment. So, einen schönen Samstag, hoffentlich bis heute Abend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye, bye.